Wir gehen jetzt auf die Osterwiese. Wir bringen Ostern auf die Osterwiese. Okay, tschüss. Bin ich cool oder bin ich cool? So, die Mauster sieht böse aus. Bist du Käse? Oder ein Glas Taubensaft? Wer war das? Ja, ja, geil! Hör ich mich normal an? Ja, ne? Ja! Geil! Ja! 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 Hi. 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 Hm. Früh übt sich, was ein richtiger Massenmörder werden will. Ich weiß das. Ich war auch mal im Schützenverein. Damals. Vor 10 Jahren. Hui, macht das Spaß. Haha. Hab ich da richtig gelesen? Hasenjagd. Zos. Silbestandrad. Oder was? Ha? Nein. Könntest du die Kamera bitte ausmachen? Was? Bitte. 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 Gute Arbeit. Und viel Spaß beim Schießen. Kamera aus. Was? Luke, ich bin dein Vater. Ich mach dich alle, du Drecksau. Ja, ja, ja. Jetzt geht's wieder rund. Gleich knallt der Wagen gegen die Wand. Hey, 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 hey. Ja. Jetzt bringen wir mal Ostern auf die Osterwiese. Verstecken jetzt Süßigkeiten. Geht's dir auf die Osterwiese? Ja. 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 Ich komm jetzt. Ja. Ich habe es nicht bemerkt. Schiss ist der Blut. Waden bringt. Der Stoff. Ich hasse es, wenn Kinder andauernd die Hübe drücken. Und ich hasse die Polizei. Ich rede, was noch lustig. Man muss ganz tief einatmen. Funktioniert das? Und ja, mindestens 10 Minuten oder so. Aber das schmeckt mir wirklich. Und man fühlt sich dann aber ein bisschen komisch. Oh, mein Gehirn. Oh ja, jetzt geht es wieder. Wir gehen jetzt in die... Geisterbahn. Ein Geisterbahn. Geisterbahn. Für die wilden Bilder, die ich von dir hab. Gut ab für die wilden Bilder, die ich von dir hab. Video-Girl, Video-Girl, Video-Girlfriend, Auge in Auge, ich warte auf dich. Video-Girl, Video-Girlfriend, so viele Bilder vergesse ich nicht. Video-Girl, Video-Girlfriend, so viele Bilder vergesse ich nicht mehr, ich bin heute auch nicht mehr fahrfähig, nein, nicht der Stoff, der wunderbar ist, das macht Spaß. Ich fühl mich, ich fühl mich wie Mutter Theresa, die hat bestimmt auch Schokoladeneier verteilt, wenn sie gewollt hätte. Mein Luftballon ist immer noch genauso cool wie vorher. Hat sie aber geschickt versteckt, in der Hand vom kleinen Kind, davon ist niemand. Schokoladenhund. Sie täuschen sich echt aus, man glaubt es nicht, aber auch der ist auch Schokolade. Der Schwanzwedeln ist eine geschickte Maschinerie aus Schokolade. Ja, also das war's für heute von der Osterwiese. Wir sind jetzt im Riesenrad und Katrin freut sich besonders darüber. Die ist total leicht auszukriegen. Wir fahren jetzt nach Hause und genießen noch ein bisschen die Aussicht und ihr seid zu Hause, ihr könnt zu Hause bleiben. Ihr könnt aber auch noch heute Abend auf die Osterwiese gehen, auch wenn sie seit dem 18. nicht mehr da ist, aber ihr könnt ja auf die Bürgerweide gehen und ein bisschen Spaß haben. Wir gucken uns dann noch ein bisschen diese wunderschöne Baustelle von der Stadthalle an, unserem EWDG Blablodom und tschüss. Kalt. Hoch. Oh, wir sind schon wieder unten.